Ich wünsche euch allen einen schönen Start in den Tag. Ein schönes Breakfast euch allen. Heute gibt es mal wieder ein neues Video, Fragen und Antworten. Ausgabe Nummer 5. Schaut euch das mal an. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir in den Kommentaren, per E-Mail oder in sozialen Netzwerken. Man sieht sich und bleibt gesund.